Servus und willkommen zu Massman Fitness. Mit der heutigen Übung am Kabelzug trainieren wir nicht den Latt, sondern die hintere Schulter und den oberen Rücken. Genauso wie beim Lattziehen ist es wichtig, dass die Beine in der Halterung eng fixiert werden. Die Übung wird im breiten Griff ausgeführt, das heißt wir greifen deutlich mehr als schulterbreit. Schaut bitte darauf, dass ihr gleichmäßig greift, auf beiden Seiten. Dann lehnen wir uns mit dem Oberkörper nach hinten. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt, und zwar wir entriegeln unsere Schultern, das heißt wir gehen voll in die Dehnung. Den Griff ziehen wir dann Richtung obere Brust und führen unsere Schulterblätter bewusst zusammen. Die Ellenbogen gehen weit am Körper vorbei. Die Ziehbewegung zur oberen Brust würde euch dynamischer ausführen und die Rückwärtsbewegung langsamer. So Leidl, jetzt wird es ernst. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann aktiviert die Ding Dong, lasst mir ein Abo da und nicht vergessen, immer dranbleiben und nie aufgeben. Servus, euer Muscle Man.